Wir sind gleich da! Ah, geht's schon! Okay, brinne Tapirone! Äh! Uah! Äh! Äh! Oh Gott! Ich nehme Abkürzung! Ich nehm Abkürzung! Ich hab's gesehen! Ja, wir haben keine Sterne, nur so! Ja, stopp! Ja! Juhuu! Ich hab's! Nein! 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 Wie viel hast du bekommen? 22.500 Genau! Okay! Da geht's nicht durch, Micha! Ich weiß, der Fall war aus Stahl! Eigentlich sollte man auch vorhin Siron mehr bekommen! Ja, hopp! Hopp! Wieg deinen Arsch! Ja, du hast mal rausgekickt! Ja! Ich bin da! Ja, du hast im Auto und Sabi hat dich rausgekickt! Du warst im Auto und Sabi hat dich rausgekickt! Weil du dir auf den... Nee, er ist da rausgeschickt! Ja! Zeig doch mal! Nee, nicht rausgeschickt! Hey, Helis hinter mir! Was ist denn jetzt? Ja, jetzt! Einen kann ich... Oah! Waaack! Nein, einfach dich, kein Bock auf dich, Fakur Ich rufe bei einer Lester an Ja, das mache ich Ja Aber bitte, Feuer Markus, will ich schießen? Nicht schießen Zu spät Ja, Markus Hm? Jetzt würd du nicht schießen, ich rufe gerade Lester an So, okay Ich höre nicht so gut, weil das Ding ist verdammt laut Ja Ich muss sagen, M-Geschützen zu Ansicht, glaube ich, dass die nicht so gut haben So, jetzt Ähm Ähm, wir sind einfach hier hinter uns mit, Roland Was? Hier hinter uns fahren die Bielen Ich seh ich Die leiten da die herrasen Hm, warst mit ihm? Dann wollen wir fahren mit mir Autos Ah, ich komm mit mit Oh, ich muss noch meine Insurction holen wieder Oh, ich fahre direkt hinterher Ja Ich sehs, ich muss hier Traversieren Wer ist Martin? Warum Martin? Hat angerufen Ach, der gibt ja auch Aufträge, weißt Was machen wir jetzt? Ist fertig, oder was? Ja Ja Das Ding wurde abgeschlossen, weißt du? Du musst ihn immer wieder neu annehmen Auf der Karte Sind sie nur aktiv oder sieht man andere die? Nee, nee, nee Das war meine Magie Aber da muss ich Also Flecky kommt auch irgendwann noch online Der muss bei deiner Ehefrau zum Rapport Ach so, okay Ihr habt mal wieder Das darf ich jetzt nicht so nicht sagen, wie ich es sagen wollte Ja Bei meiner, äh Online-Ehefrau Und wer ist das? Ähm Ja Das Mädel Die dich, die dich bei DPD immer stalkt Ich wollte jetzt einfach alle der Linie Oder Sagen Sie so Diese Frau, welche ich hab zu glüten angebracht Ja, die du hast, äh Was zu glüten? Was ist glüten? Was ist glüten? Es war saustig auf mich Weil ich hab keiner gespielt Er hat sie immer aufgehängt und gekillt und so Und zwar ihr zu viel Da hat sie den Spieß umgedreht Dann hat sie ihn immer gekillt Sie hat das ganze Zeit auf mich zu Ich hab einfach random gesucht jemanden, aber Ja, sie ist ja einfach immer über den Weg gelaufen, ne? Ja Wenn ich sag, jetzt müsste ich mir eine neue Limo bestellen lassen, oder? Mhm Ja, die sieht ein bisschen ramponiert aus, ne? Oh Oh Was weißt du, Markus? Ja, ähm, bestimmt Da nicht Warte mal kurz Also Yugi hat nicht mehr so viel Schutz hier an der Seite Ja, ich weiß, aber ich jetzt in Aurole werden wir rausgekickt, ne? Fahr erstmal zum Clubhaus in Berlin Ja, ja Was sind das für SMS, die ich gekriegt wurde? Äh, Joblisten Das sind die Spiele, die erinnern zu anderen Achso, ja, die Joblisten Ja, das kannst du nicht abstellen, kannst du umstellen auf Von Rockstar, ich stelle dran, oder halt Von die, äh, diese, welche Mission bekommst du? Von den, sowas, Simon, oder Von dem Markus, Mark, oder wie heißt Von dem Unicorn, Malk, Malk, Malk Ja, die anderen Spieler, Mark, das ist der, welche haben wir Mission gemacht Und von, äh, was, Server Server, Server, oder sowas Von dieser Organisation Und das kann man nicht abschalten, oder? Nein Woa Wer war das? Andi Anderer Spieler Who the fuck is Andi? Ja, ich dachte, der Gnock hat so Ey, gute Idee, der Wohnmobil Wollt ihr Wohnmobil holen, Markus? Das Wohnmobil Hatt ich das überhaupt schon? Ich weiß das gar nicht, glaub, Habts gar nicht Weil der, der, der den kam, ne Es war das Spezialfahrzeug Wohnmobil Pardon, ja, im Key aufm Dach Joa Du musst kochen gleich, gell? Ja So Das sind ja wieder alle Hey, Markus Äh, Markus Andi? Ich muss nicht vorhören Ja, das Ja, die Wo macht er das? Das läuft der jetzt irgendwie So, was ist mit drin genommen? Also Alle mit drin genommen wenigstens? Ja, auch schon schön Man steht blöder, weil es immer so ist Du brauchst heute nicht voll jetzt Ich bin so, ja Ah Eigentlich meine What? Limusium neu holen Ich hab grad wundern, Herr, was hab ich jetzt hier drückt? Haha Da hatte ich wieder lange Aaaaah Weglich geht Ich hab Fünf Jahre später Boah nein Neu Was ist denn die Ziele? Was ist denn die Ziele? Ja, das ist ein Zwo-Sitzer nur so Du schießt, Jobert Du, Haka, alles klar 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 Ja, mein Handy hat glockchiert Ja, das war ganz schön im Abend Ja, ich wollte mir eigentlich eine neue Limusine holen, ne? Ich komm ja nicht, dass wir in den Club rausgekommen werden, mit Aber wir haben die Ziele Aber wir haben die Ziele Bleib doch einfach bei mir ein Schau, äh, schau auf die Ziel Ja, schau bei mir ein Und sag mir wohin Das Filzett ist ja so eine Straße Und das sind die bestimmt Wir müssen jetzt, äh, die Orte abklappern Sag mir, wodurch? Äh, links mal schon mal Wenn? Links lang Das steht am... Das steht am... Das steht am... Gratide Siehst du nicht die Ziele? Nee, da ist was anderes Für seine Limousine So Ja, das steht am Strand Unten neben Pier Da hab ich jetzt gestehen, da halt, ne? Am Wasser unten Äh Nö Doch nicht Quat Quat Uäh Noo, jetzt feg Pegasus mich an Wegen was? Wegen des hässlichen Quatt, oder was? Ach, feg dich doch Pegasus, ey, im Arsch Wo ist denn des hässlichen Quatt jetzt hier, oder was? Äh Mag Wo schicken sie es jetzt hin? Nein Ich will von des steigen, wieso? Vorne ist jemand, oder? Nein Nein Genau da zum Beispiel, wo wir hin müssen jetzt, ne? Ey, wieso stehe ich ganz selbst hinten? Ich... Kannst du nicht sein? Ja, vorne sitzt niemand Genau da, wo wir hin müssen, da steht mein Auto diesmal, ne? Gut Also kann ich den anderen Punkt hier wegtun, oder wie? Ja, ja Können direkt die gelbe Linie durchfallen Da hinten ist der neue Spawn-nehm-Bahnhof Ich hab einen Bus-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn Können es können Müsst du die Ohna mitnehmen? Ach nee, die Autobahn... Also, äh, läuft ja die Autobahn gar nicht lang gehen muss Zwei Leute werden da reinbeißen, wo ist denn irgendjemand fehlt? Hey, die anderen beiden sind da stehen auf der Straße, die da aber ja dahinten Oh, die waren da auch 7 Leute Ja, Harika und ich stehen schon vor dem Ziel Ja wir haben einen Ziel Wir sind 5 Leute, die haben die Schieb drin Roland Äh, wir haben 7 Ziele, gell? Oh, aber wir warten gar... ach stimmt ich habe ein anderes Ziel als ihr, fast ja ja, wir haben den Busbaden für uns als Ziel dann müsst ihr markieren, das ist natürlich blöd wir haben alle ein anderes Ziel scheinbar ach 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 ach, wir brauchen bestimmte Waffen um die ich glaube ein Auto hier wenn ihr eine andere Tür habt, du brauchst einen Busbaden für uns habt die Waffen dann müsst ihr alle mal aussteigen ja, jeder muss ein eigenes Auto nehmen am besten der Dieb neben mir, der Juggie muss auch raus sein Jogi? Juggie? Juggie? ich glaube, irgendjemand hat geklingelt ich glaube, jemand hat sich mal ein guter Auto ja bei unserem Auto, was? du musst aussteigen ja, wir sind 7 Leute und haben 7 verschiedene Ziele ja, jeder hat sein eigenes Ziel ja, das ist alles ja, komm, 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 warte warum haben wir 7 verschiedene Ziele? weil wir 7 Leute sind so ja, deswegen und jeder hat ein arme Ziel äh, schalte die Zielpersonen aus ne? ihr müsst jetzt mit der ersten Waffe abholen ihr dürft nicht irgendeine andere eine spezielle Waffe, die euch angezeigt wird brauchen wird müsst ihr benutzt okay ne? 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 ne. ne? ne! Ich habe jetzt ein anderes Ziel, ne? Ah ja, sobald du eins ausgelöscht hast, kriegst du ein neues. Kann aber auch ein anderer auch haben. Ich nicht. Ich rufe nach, äh, Venizia Hill. Rot Hill. Rot Hill, muss ich. War Harika eigentlich grad zu ihrem Ziel? Hm. Eine Rohrbomb ist AP, oder was? Jetzt. Glaub ich nicht, auch ein neues Ziel. Ich glaube, ich hab dasselbe jetzt wie Harika. So ein klackiger Bellfarmer. Gott, was sagt denn, in irgendeine Wüste? Ach doch mal, ja. Irgendwie man da verkackt. Ja, weil das mit nem falschen, alter, halt das mit nem falschen Waffe umgebracht hast. Ja, du bist doch vorgeschrieben, womit. Wie oft müssen wir dir denn das noch sagen? Ne, weil ich glaube, ich habe richtige Kind. Da muss ich ihm, okay. Seinbar nicht. Seinbar nicht. Da muss ich nicht hochkommen. Die Roller macht dir da um den Ziel, ne? Also ich muss nach Palito Bay. Weil, das heißt, irgendwie über die Straße auch. Marika Thomas nach Chuck-In-Bell Farms. Ja, das Ziel habe ich genau auch. Ja, da fangen wir auch gerade. Ja, dem Räucher nicht schon vorne, ne? Beide brauchen das auch. Komm, die rein. Bisschen du. Allem das Ding, ja. Die muss mir als mal markieren sollen. Ich muss mal... ...würst'n Handy abholen. Zum Rad und Canyon. Komm mal hier auf'n Flugplatz. Zu einer Seite von Montreal. Hiiii. Na gut. Yogi, komm zum Flugplatz. Okay. Ich hatte nicht geglaubt, wie ich wollte. Ich brauche ein Fahrzeug. Naja. Ich weiß, ich falle wie eine Katastrophe. Das ist doof. Yogi, siehst du mich? Nein. Nein. Mach die Map groß, ich bin dann... Oh, ich komm zu dir an. Ja, die Quatsch sind schon aus dem Motorclub, ne? Komm zu mir, da. Nein! 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 N cuarto Mund. Kenn' ich auf, wo die Sch 就是se ich... Denk' wem' nicht. Ohahaa! Er seht ja aufrich inferdemarsch. Und jetzt... Er steht unten links die Axel, vorne links die Axel gebrochen... tennis die Axel gebrochen, vorne links die Axel gebrochen... so wohin muss zum Kenyan Kasselsmann hat was markiert also du musst gleich den Typen mit der richtigen Waffe ausschalten die Waffe liegt dann da in der Nähe und da ich da wahrscheinlich nicht landen kann würde ich sagen du springst raus ja einfach Fahrzeug verlassen aber noch nicht jetzt und dann falschen benutzen mit linksklick okay verstanden Harika willst du den umlegen ja wenn ich die richtige Waffe finde vorne dran leck mich ich komme nie hinzuziehen ja jetzt bin ich auch zurück zum äh nach dem Club war es schon wieder Mutterkopf weil ich da nicht hin ich wollte erst hinfahren so ist jetzt ein bisschen schießt rein in mir also äh Zeit lang fehlt mir so einmal raus springen bitte ja da ist ein Fallschirm dabei springen du hast gar kein Fallschirm nein ich hab kein Fallschirm normalerweise kriegt man einen im Flugzeug shit das ist natürlich blöd warum hat er keinen Fallschirm dabei warum hast du keinen Fallschirm dabei weiß ich nicht weil ich jetzt sterbe naja und bist du auf jeden Fall angekommen dann viel Spaß Harika krass ist die Arbeit dann ich mein da ähm wo muss ich den ziehen muss er diesen Cocktail aufgehen was warum holt er den nicht auf ne sag mal muss ich durch eure Arme hochkommen hast du vielleicht schon Nummer 5 bei den Granaten dabei äh kriegt er den ja um noch drücken naja hab ich schätze muss er da hochklettern und dann oder durchs Fenster reinwerfen ähm ja ich bin da hier bei dem gell da oben Gott hoffe ich noch mehr rechts ne huch ich brenne hm ja ich müsste zu Fuß gehen der kam wieder zurück obwohl du eigentlich da neben der Straße standest du bist da eine Straße gespawnt oder ne ne lege ich im Wald ah ok ich will euch gleich alle mal auf der Autobahn habt, ne? Äh, die haben ein Auto... Marika, hier wo ich bin, ist der Leiter. Er kann überhaupt nicht fahren mehr. Wie viele Leute passen in dein Auto rein, Markus? Was? Wie viele passen in dein Auto rein? Wo bist du? Ich bin bei Seppi mit. Der Leiter. Ja, Seppi, wie viele passen bei euch im Auto rein? Zweimal nur. Gucken, wo der ist. Achso. Vielleicht bin ich da weg. Ich bin da weg. Ja, aber ich bin nämlich vorbeigefahren, deswegen... Weißt, was du probieren kannst, wenn... Hä? Da vorne das Fenster, wo der Kerl drin steht. Wer leg die denn? Einfach drüberlaufen. Versuch mal da reinzuwerfen. Dann hast du ja automatisch. Wirklich? Achso. Ich hab die doch gerade gesehen, die Scheiß-Ax. Und... Wie sollen die ihn killen? Warte, wir werden dichter ran. Warte, Scheiße, mach. Wo ist denn die... Alter! Ich seh die Scheiß-Ax. Du ruf und da... Und du... Ey, viel auf, ey. Noch eine Minute 40. Hä? Gibt's doch nicht... Ist nicht die Scheiß-Ax. Wow. Es ist so ein graues Symbol auf deiner Minimap. Nochmal auf. Boah! Der steht hier unten, der steht hier unten! Graues Symbol auf meiner Minimap, okay? Ja. Ich hab' den geklautert. Ich hab' den geklautert. Ja, vier Leute... Ich hab' den geklautert. Er stand hier unten auf diesem Dach. Ja, dann ist die Mission. Ja, ich seh' die Achsen. Rechts, rauf rechts. Ey, ihr hier, hier oben in Palito Bay. Kommt mal bitte ans Strand runter. Ich leg' jetzt hier unten. Alle anderen außer Yogi, bitte mal ans Strand runter hier. Äh. Ja. Ach da... Aber egal. Bugs Bugs? Ja? Runter an den Strand, bitte. Alle. Sehr schön. Oh, ich hab's. Und jetzt mal bitte an den Strand. Was machst du denn? Ich krieg' die Krise. Also, ich sag's jetzt nochmal mit Namen. JV27, Zwobert und Saxe-Bugs. Ja, ich versuch' das in meinem Auto. Genau. Und die... Und der... Yogi, den treffen wir am besten etwa hier, glaub' ich, wo der Punkt ist. Ey! So. Wo treffen wir mich? Ja, nebendran. Guck mal. Es hat'n Strand an dem Palito Bay-Ding. Also, wenn du die Karte ein bisschen öffnest, bin ich am Strand. Und warte da mit dem Flugzeug. Und Yogi? Du hast deine... Du musst gucken, wo die Markierung auf der Karte ist, ne? Da musst du hin, dann. Dieses, äh, lilaner Ding da, oder was? Ja, genau. Da holen... Da holen sie dich dann als nächstes ab. Da muss er auf die... Oben erst warten. Ja, also, im Flugzeug müssen. Na, Harika, du fährst falsch. Anstand runter. Genau. Da fahr' ich und ich hab' da, aber, ja. Okay, wir kommen gemeinsam dahin. Da jetzt am Navi her verwirren. Hat das JB, okay, ich seh' dann... Irgendwie steht grad' an den Clubhaus irgendwie ein bisschen Ramit Dermitus. Ach, hier? Jaaaa. Bautatsache. Ach, du Scheiße. Ja. Deswegen versuch' nicht zu verstecken mit der Limo. Weil die sind ja doch ein bisschen gefährlich auf der Karte aus eigentlich, ne? Irgendwie. Ahm. Ja, die sind da. Juhu! Die Leute pass' ja am Flugzeug drin. Ich jetzt. Acht, glaub' ich. Achter. Ja, Achter. Juhu! Acht, 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 Acht. Ja, immer so, so Kilometer in Sand Rhein. Ja. Woh, Tobi! Nee. J, war nicht so hässlich. Legnach. J, war nicht so hässlich. J, war nicht so hässlich. So, Tobi, J, war nicht so hässlich. Oh, einmal umdrehen, Yogi. Was? Ah, stopp, stopp. Du musst dort, wo ich die Markierung gesetzt habe. Runter. Genau in der Richtung musst du fahren, genau. Muss man rausspringen? Nein, wir holen ihn ab am Strand. Dann landen sie bei mir unten am Strand. Wo die Schießerei ohne Ende los ist. Hey, you like the new car? Ich habe eine Möglichkeit, die du interessiert bist. Ich habe eine Liste der Fahrzeuge, die meine Kontakte gerne haben. Findet ihr die Fahrzeuge und bringe sie mir an den Docks. Und ich werde es mit ihr tun. Ich trage dich alle Dinge. Warte, 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 wir fielen uns im Landeanschlag am. Shit! Blöder Strand. Ist etwas Holbrick, tut mir leid, für die Unannehmlichkeiten. Aber wir haben gelangt. Alle da, ich bin da. Juuuuhuuu. Oh, Mann. Wieso ist er jetzt gestorben? Wie gewann es uns heran, ne? Ich wollte eigentlich nur elegant absteigen. Ja, bei 100 Sachen da scheuert es. Ein bisschen auf dem Land, da vergesst es ein bisschen Leben. Mit die Arschritze gejuckt, du musst mal kratzen. Andere Seite zur Tür. Ja, der läuft jetzt drum herum. Mach doch vor den großen Bogen, ey. Hallo, Karika wie so aus dem Kopf, gell? Ich hab keine Ahnung, ein Umfeld. Wer auch immer Everest ist, keine Ahnung. Warum mag er dich nicht? Ah, ich hab mich manchmal mal killed bei mir, ne? Wo ihr landet. Ich hab 15. Was will der von dir? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ich glaub, die Landemöglichkeiten ist ein bisschen doof aus wie Mädchen, ne? Oh, es gibt ein Event. Weil hier sind Stromleiter. Rückenlager. Brenzposition Bäume. Das hat es auch noch nicht begonnen, aber egal. Äh, ich bin nicht selbst, gell? Was? Ne, da sind noch Bremde drauf. Ja, wir sind 7. Genau. Ja, ich hab ja noch einen Kumpel sitzen, der ist gerade gekommen und der nervt mich. Kann auch wieder. Nein. So, ich mach mal eine kurze Aufnahme-Power hier. Sag mal Tschüss. Tschüss. Bye-bye.